Hallo und herzlich willkommen zurück zu RoboCraft. Mit dabei sind nach wie vor der Dani und der Ayman. Hallo. Und wir machen gleich mal weiter, weil ich mir noch nicht die nächste Waffe kaufen kann. Dafür muss ich noch ein bisschen sparen. Und ja, dann gucken wir mal. Leute, join das Spiel. Los. Suchten. Hopp. Hallo? Das lädt gerade bei mir. Hä? Okay. Ich hatte gerade richtig die lustige Idee. Da hatte jemand in den Chat etwas Vulgäres hingeschrieben. Nämlich etwas Tiefhängendes. Und... Kniescheibe? Zehn. Das dritte Bein halt. Das Nasenbein? Nicht schlecht. Ist aber nicht tiefhängend. Es kommt drauf an. Es kann auch eine sehr große Nase sein. Kommt drauf an, wo der Orientierungspunkt ist. Es scheint aber diesmal nur ein Flieger dabei zu sein, wenn ich die Anfangssymbole richtig gedeutet habe. Dann sicher ist es aber nicht. Strich drüber heißt Flieger, oder? Ja. Das ist jetzt so mit der unfähigsten Flieger, den mir begegnet ist bisher. Aber noch liegt nichts rumzumarkieren. Es ist auch... Naja, er ist ja auch gerade hinten. Ich meine, nach vorne gehen... Oh, zwei Flieger. Es gibt zwei Flieger, ja. Und ich wurde schon markiert. So. Wer schießt denn die ganze Zeit? Alter, man, dieser Typ da hinter mir. Ich versuche mich umzudrehen. Er dreht mich wieder auf die andere Seite. Und jetzt war ich schon auf einem Feuer. Haben wir überhaupt einen Healer im Team? Weiß es nicht. Anscheinend nicht. Boah, ja, diese scheiß Railguns immer... Reicht's mir. Echt, das ist voll ab. Ich hab ein bisschen Schaden gemacht. Das hier war den... Nein! Shit. Kack, Plasma-Womba. Ich hab ihn angeschädigt. Jetzt ist er stärker beschädigt als du. Aber ich hab noch alle Waffen. Sehr gut. Ist das über uns, oder wo ist der? Vor dir, vor dir, vor dir. Au. Ah, shit, das sind drei. Drei? Drei, fahr zurück, Mann. Puh, das hat mich schon alleine eine Kette gekostet. Oh mein Gott, meine Tier-7-Waffen. Ah, verdammt, ich sterbe immer so schnell. Okay, einen hab ich. Der andere hat mich jetzt so gut wie weg. Ich hab nur noch zwei Waffen. Da ist ein Railgunner. Pass auf. Weiß schon, darum geh ich ja hinter dem blöden Hintermich raus. Und oben drüber ist ein Plasma-Schawash. Ja, ja, konzentriere dich aber nicht auf den. Ja, ich muss halt gucken, dass momentan irgendwas in meine Schussreichweite fährt. Au. Ich hab einen zerstört. Nein, verdammt, jetzt kam der da hoch. Ich fang schon mal an, Flieger zu bauen. Au. Au. Von wo denn? Oh, verdammt, zu spät. Also da ist jetzt noch ein großer, also der Railgun und noch ein großer mit Plasmas. Und das ist dann mal weggeknuspert. Was ist denn du? Liebst du noch da? Ja, eigentlich schon. Ja, ich hab den Plasmatypen fast zerstört. Mit einer Waffe, er hat nämlich nicht auf mich geschossen. Na gut, aber der Railgun-Futzi hatte ich jetzt grad schon die ganze Zeit im Visier. Ja, aber hast du diesen Plasmatypen gesehen, wie der da noch rumliegt? Ja, viel ist da nicht mehr übrig. Also ich hatte noch zwei Waffen und er ist so auf mich drauf gefahren, dass der Railgun-Typ mich nicht abschießen konnte und dann hab ich von unten halt die ganze Zeit gegengeschossen. Ja, aber da waren so viele gerade, da hatten wir echt keine Chance, es zu schaffen. Na komm, verlassen wir das Spiel, Hero-Bonus kriegen wir ja. Wir hatten eine Chance, wenn dieser Typ nicht über die Watt gefahren wäre. Ja, das war ein ganz guter Schachzug von ihm, der hat mich echt gut erwischt dann. So, es reicht immer noch nicht für die Waffe. Hello! Machen wir gleich die nächste Runde. Aber ich wusste gar nicht, dass man das mit einem Kettenfahrzeug machen kann. Ich hab keine Ahnung, wie das gemacht wird. Wahrscheinlich so mit einem, mit Thrustern, die nach unten zeigen, sich an der Wand hochgezogen. Wie leicht. Ich muss das mal im Testmodus ausprobieren, wie viel man mit den Ketten wirklich machen kann. Bossfight! USS Tankkiller. Was ist denn jetzt? Tut er tankst oder ist er ein Tank und killst? Na, ich weiß nicht, aber USS sind doch eigentlich auch Boote. Nein, USS ist doch immer Raumschiffe, nicht? Weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung. Aber Bossbattle starten ja jetzt auch nur noch von der einen Seite aus. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir da jetzt was Schönes reißen können, weil mit etwas Glück haben wir dann unsere sechste Tier 6 Waffe zusammen. Und hauen damit nochmal mehr rein. Dann könnte ich mal langsam gucken, ob ich vielleicht Richtung Heiler gehe. Hältst du auch so die Frage, Heiler oder Flieger? Weiß halt nicht, ob ich mich hier voll zum Öd mach, wenn ich versuch rumzufliegen und ganze Zeit in Wände reinklatschen und so ein Scheiß. Also mit einem Heiler kann man durch, äh, deutlich schneller farmen. Ah, ist ein G-Typ. Also mit... Ja, hat man doch in der Auswahl gesehen. Ja, aber man kann's doch einmal verpasst haben, Herrgott. Nein, haben wir niemals. Sie hat nur 72%, okay. Dann drauf! 66, 61. Es ist immer besser, zu zweit ein Bossmittel zu machen. Wenn einer Healer ist und der andere nicht. Und der andere halt was anderes. Und einen Healer braucht man nicht unbedingt. Wenn die... Wenn man zwei SMG-Typen nimmt, die schnell genug sind, dann geht das schon. Ja, aber der ist irgendwie nur voll auf... Äh, ich hab Angst, ich zieh mich zurück, so wie das scheint. Der hätte noch gar nichts gekillt von uns. Ich nehm mal die. Nein, wird der auch nicht mehr. Stell ich schon mit an. Wenn er keinen... Äh, an einer... Speziellen Stelle trifft. Deiner empfindlichen. Ich hab den Kill bekommen. Team Victory, das war einfach. Ach man, Daniel. An der langen Nase? Nee, ich hatte wirklich den Kill bekommen. Cool. Äh, liegt wahrscheinlich daran, an meinem Fahrzeug sind noch zwei Waffen aus Tier 7, versteht ihr? Nicht schlecht. Ha, und ich kann mir die letzte Tier 6-Waffe leisten. Moment. Cube Depot Hardware Tier 6 SMG. Kaufen. Confirm. Dann kann ich eigentlich die 5 für alle verkaufen jetzt. Naja, komm, was soll's machen? Das ist mal schnell hier einfach dran. Wenn du dir einen Flieger bauen willst, würde ich dir empfehlen, ein zweites Fahrzeug zu nehmen und dann das alte Fahrzeug komplett zu verkaufen. Da kann man echt gut dran verdienen. Ja, das ist ja das Problem, weil ich... Aber Fahrzeug verkaufen ist immer so ein kleiner Nachteil, weil dann kannst du nur noch einen einzigen Victory-Bonus einsammeln. Ja, ich bin mir unschlüssig, weil ein komplettes fahrendes Fahrzeug möchte ich nicht aufgeben. Ich will nicht auf nur fliegend umsteigen. Äh, joint ihr mal mit, bitte? So? Ja. Bin schon längst drin. Man sollte immer noch mindestens ein stabiles Fahrzeug behalten. Wenn man dann die Preise sich bei den RP verkalkuliert hat, muss man vielleicht in einer kleineren Stufe fahren und dann ist das... Na ja, ihr wisst schon, oder? So grob kann ich es mir vorstellen. Also, umso kleiner die Stufe ist, auf der du fährst, umso weniger RP bekommst du. Okay. Das... Ähm, beziehungsweise du bekommst auch nur die Tech-Points dann von der Stufe, mit der du halt dann schon fertig bist, verstehst du? Aber sind jetzt eigentlich die Heiler, ähm, ja, Waffen, sind es Waffen? Keine Ahnung. Gott, was ist denn ein dummes Fahrzeug? Wenn man einblockt... Wenn man die Heiler, denke ich, sechs oder sieben... Daniel, siehst du, die Heiler kriegst du den Typen da? Siehst du den Typen da, wenn man einen Block von vorne da kaputt macht, das ist nur die eine andere Seite mit den ganzen Panzerketten da kaputt. So dämlich. Oh Mann, ich sollte vielleicht noch auf die Straße gucken und nicht nur nach rechts zu den Typen sind. Ey, komm, jetzt haben die zwei Sniper da oben die Dreckssäcke. Die haben schon dasalbe Fahrzeug vergessen. Ich habe auch. Komm, den kriegen wir. Wir wollen ja noch mehr Schaden machen. Oh nein Gott, da hast du ein zweiter Typ. Ja. Ich schieße ihn ab. Ich habe mich nicht getroffen. Ich habe nichts mehr zum Schießen. An, heilen, 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 heilen dich. Please, Freund, heilen mich. Adapt. Shit, 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 shit. Aua, aua, aua. Mach es weg. Einmal mach es weg. Ich gebe dir mein Bestes, aber es lehnt so lange auf. Ich schieße auch aus allen Rohren, aber der Heiler heilt mich gerade wirklich auf. Du hättest, dass er vor das Eiler legt. Ja, es ist weg. Ceder hat es bekommen. Mit dem Heiler erwischt. Mit dem Heiler erwischt. Ja, der Heiler muss mich jetzt irgendwie zusammenbauen, weil ich habe so ziemlich alles wieder, außer den Waffen. Das ist schlecht. Heiler. Außer den Waffen. Ey, diese Kack-Sniper sind da vorne schon wieder, ne? What? Ach komm schon, Heiler, jetzt halt mal so freundlich. Das ist das der Rote-Ziebel-Sort versattelt. Ja, irgendwie schon, ne? Ey, ich habe nur zwei Waffen, das ist vollkommen angeschön. Ich habe einen getötet. Dein Schuss. Oh mein Gott, ich lebe immer noch. Wo ist der Heiler? Hilfe. Der heilt mich gerade, was ich sehr gut finde, weil ich jetzt mehr Waffen habe. Ich muss nach hinten. Oh, einmal, du wurdest direkt voll getroffen. Jawohl, den kleinen Furz habe ich. Jetzt sind bei mir noch drei markiert. So ein Krach. Ich muss mein Fahrzeug ein bisschen umbauen. Ich bin kaputt. Aber du hast jetzt einen Vorteil, weil der Heiler muss nur noch dich heilen. Ähm, ich gebe dir einen Tipp. Geh bei der Plasma-Waffe direkt rein, weil sie kann nicht so oft schießen wie du, also. Ja, also, nämlich, die hat einen Healer dabei. Ich muss gucken, dass der ganz weg ist, damit ich den Healer wegsnacken kann. Ja, komm, da komm, da komm, da komm, da komm, da komm, ich hab ihn. Geh in Deckung, damit du nicht so viel Schaden bekommst. Der Healer kann dich nämlich jetzt nicht mehr so gut heilen. Weiß schon, aber ich musste aus der Sniper-Range raus. Oh. Den Heiler kannst du im Nahkampf vielleicht erledigen. Den Heiler habe ich schon lange. Ich gehe jetzt gerade auf den... Äh, nein, den Sniper. Ja, da bin ich gerade am hinfahren. Ich versuche, die zu flankieren, aber ich weiß nicht, ob es klappt. Wahrscheinlich, die gucken gerade, äh, zu den anderen Leuten. Zu dem halb kaputten Heiler und so. Oh, da war noch ein SMG. Ich weiß, aber der ist abgehauen. Ich versuche, dass ich hier noch was mitbekomme. Okay, die habe ich. Double kill. Oh, da ist noch ein Sniper hinter dir. Weiß schon, ich versuche hier gerade ein bisschen abzuhauen und hier zumindest drauf zu kommen. Das ist nicht wirklich sinnvoll, wenn er dich nochmal abschießt, dann... Ach, shit, das ist ein Gegner. Nein, ich kann nicht mehr fahren. Das ist nicht mehr richtig. Oh, du hast dich nicht treffen lassen, das ist richtig gut. Dann hast du das, was du schon gesammelt hast, nicht. Versuche, den SMG als erster abzuschießen, der macht gerade mehr Schaden. Ich habe nur eine Waffe, das ist das Problem. Er hat auch nur eine Waffe. Na, vergiss es, das war zu viel. Aber ich habe sechs Kills abgeräumt, Leute. Das ist doch mal was. Mann, jetzt hast du meinen heutigen Rekord gebrochen. Ja, hey. Meiner war fünf Kills. Ach ja, was ein Match, was ein Match. Und was machen die anderen da eigentlich? Die stehen blöd rum und popeln Nase oder was? Der eine hat sich von dem Healer mit zwei Heilwaffen heilen lassen und dich in der Zeit K.O. gehen lassen. Aber du wirst einen ganz schönen großen Heldenbonus bekommen. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass die den noch gar wegkriegen da. Weil ich meine, sechs Kills sind, ist ja schon eine Menge, ja? Allerdings. Ah, da, der letzte Betrag gesnackt. Yes, Team Victory, sehr schön. Sag mir, wie viel du bekommst. Ja. Also, bei beiden. Also, bei dem einen und beim Hero-Bonus. Also, bei Destroyed sind es zwölf Tech-Token und 1671 RP. Und der Hero-Bonus sind fünf Tech-Tokens und das gleiche nochmal an RP. Oh, du hast genauso viel Geld bekommen wie ich. Und ich bin Premium. Tja, ich bin halt einfach gut. Na ja. Ähm, wir machen, ja komm, eins geht noch. Die Zukunft. Oh, Mann. Jetzt habe ich 1100 Tech-Points. Krass. Also, bei Tier 5. 30 oder sowas. Früher, ähm, gab's bei den Tech-Points noch nicht das mit den Stufen-Systemen. Da konntest du dann auf Tier 1, äh, äh, jede Tierwaffe freischalten. Also, damals waren die Tier-Punk-, äh, die Tech-Points noch, äh, für alles, äh, verwendbar. Versteht ihr? Ja. Aber das finde ich auch irgendwie ein bisschen Fail, weil auf 1 dann zu machen und dann gleich bis 10 hoch zu skillen, ist ja auch dämlich irgendwie. Es fährt sich sehr gut, dein Auto, oder? Äh, ich, äh, der eine Typ hat mich gerammt. Schon gesehen. Nein, der Heiler haut ab, Heiler, bleib bei mir. Kartoffel. Weißt du, was ich endlich machen will? Ich werde deine rosa Kartoffel als Fahrzeug bauen, mit Havern. Das wird beim Schwachsinn. Na, hast du wenigstens die 5, wirst du? Ja. Du bist der Einzigste hier, mit mir. Der Einzige, David, der Einzige. GrandmaTee. Bist du meine Mutter? Oh, endlich. Aber weißt du, was der Grandma Nazi ist? Oh, da ist einer. Ach, hat das. Da sind so einige. Aua. Oh, Mann ey, ich schau immer irgendwo sonst wohin und dann fahr ich gegen Felsen, so ein Scheiß. Immer das Gleiche. Warum verlier deine Waffen? Sind jetzt die Anderen, die müssen doch hier auch auf der Ebene sein, oder nicht? Der ist da ein bisschen, die sind ein bisschen weiter unten. Ja, ich seh schon. Mein Fahrzeug hat schon wieder mal den Standard-Look erreicht. Nein, 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 was trifft mich denn da so heftig? Ich hatte den Heiler fast, aber dann musste ich mich um den kümmern, der mich anschießt und hab mir jetzt gleich mal gefunden. Heiler, heile mich, bitte, 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 bitte. Danke, 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 danke. Zwei Heiler heilen mich. Ja. Ihr wisst, wer gut ist, danke. Ja, ist der Andere. Okay, aber da haben wir jetzt alles weggesnackt, ich bleib mal oben. Oh, da ist gerade einer im Vollgas zu unserer Base unterwegs. Okay, jetzt ist er weg. Dann fahren wir mal rüber. Ich beschütze dich. Yay. Weißt du, den Typen da oben mit 100%? Ja. Oh, der ist so weit weg, das können wir vergessen, das ist bestimmt so ein Sniper. Das ist ein Sniper. Das sieht man doch am Symbol, ein Dreieck. Ich geh mal hin. Oh, ja, das sind zwei Railguns hier gerade. Oh Gott, ich hasse Railguns. Auch wenn es ist richtig für den Fall. Die sind viele in jedem anderen Spiel, die Sniper. Das sind immer die Typen, die keiner mag. Au, au, au. Feiglinge. Auf der, links, über der Brücke ist einer. Ich hab ihn gesehen, ja, aber ich hab keine Chance an den Rand zu kommen, weil der verdeckt ist vom Felsen. Ja, also, ich hab nicht gesehen, dass er da war, dann hat er mich von hinten angegriffen und mein Sitz ist hinten positioniert, weil ich halt normalerweise von vorne angegriffen werde. Aber es hat er bloß noch 42%. Das ist ein anderer mit 24, den erwisch ich gleich. Ja, ich geh mal auf die Base hier drauf. Mal gucken, was passiert. Vielleicht kommen sie ja. Hey Mann, du schaffst das. Du bist der Power-Typ. Ah, Killstealer. Hell, nein, du hast einfach verfehlt. Du bist richtig verfehlt einfach. Team Victory. Gar nicht, das war, das war ein Baum. Hör auf, die zu drehen. Ist meine Maus kaputt? Ich hoffe nicht. Jetzt müsst ihr wieder ein Kabel anstecken. Nee, geht. Gut, Freunde, aber das war's mit dieser Folge. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Robocraft. Tschaui. Sternchen charakteristisches Winkel-Winkel-Sternchen. Loll. Ja.